Ho, ho, ho und willkommen bei dem Eisernen WoW und Twins Kalender mit Barclay und dem Bringern. Ja, heute hat uns der Weihnachtsmann wieder eine Eisende Nachricht geschrieben. Dort steht drin, würfelt erstmal, wer gegen den Barclay antreten muss und wer muss gegen mich antreten. Ich. Wer bist du? Lotus, jawohl. Der Lotus-Sturm. So, Lotus-Sturm. Jetzt gucken wir mal, was der Weihnachtsmann geschrieben hat. Du hast eine Kopie des Briefes, lest doch einfach mal vor. Hm, wo habe ich denn die scheiß Nachricht gelassen? Ich glaube, ich habe sie verlegt. Ich glaube, du müsstest das mal vorlesen. Du hast sie verlegt, okay. Hallo, lieber Barclay und lieber ausgewürfelter. Heute müsst ihr beweisen, dass ihr stark seid. Und das macht ihr, indem ihr eine Arena betrittet. Und der, wo am längsten überlebt, der wo heißt es, der wo am längsten überlebt, schreibt der Weihnachtsmann, der gewinnt das zweite Spiel. So, aber ihr dürftest nur in Weihnachtsmann-Klamotten schreiben. PS stand da. So, der Lotus-Sturm hat leider keine Weihnachtsmann-Klamotten. Warum nicht? Weil ich sie alle aus Versehen gelöscht hatte. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Aber du hast da einen Hut mit 12 Rüstung und 15 Aussauer. Aber ich denke, das ist egal. Wir beide werden jetzt kurz aus der Kuppe rausgehen. Gehen wir aus der Kuppe raus. Und wir beide gehen jetzt in eine Arena rein. Und wer am längsten überlebt, der hat gewonnen. Wir klauen den Barclay, derweil seine Erze. Und heute geht es um zwei Punkte. So, heute geht es um zwei Punkte. Du musst aus der Kuppe rausgehen, Lotus. Ich bin aus der Kuppe draußen. Du hast es nicht. Jetzt bin ich draußen. Okay. Ups. Also, nachdem ich das erste Spiel gegen Vox gewonnen habe, was ja auch klar war, dass ich gewinne. So, wie kommt man denn jetzt hier eigentlich in die Arena rein? Ach, zwei Geplänkel müssen wir machen. Ja, es gibt, glaube ich, du Geplänkel. So, das müssen wir jetzt überleben. Also, Lotus-Sturm. Geht's los? Es geht los. Ja, dann auf die Arena. Und dann sind wir mal gespannt, wer heute gewinnt. Ja, wie läuft es bei euch so? Ist bei euch schon Schnee? Am 2. Dezember, am Dienstag, dem 2. Dezember? Ja, Bayern hat verloren. Den wir ja heute haben. Am Wochenende hat Bayern verloren, 5 zu 0. Ja, ernsthaft? Nein. Ja. 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 Wir machen das jetzt heute, am 2. Dezember auf. So, Lotus-Sturm. Lotus, blamier uns nicht. Lotus macht sich natürlich unsichtbar. Ja, natürlich. Ich bin jetzt schattenwebig. Ja. Und ich bin eine Katze. Ja. Bleib soweit es geht hinten. Irgendwann geht das Stealth auf. Ja, sie haben glaube ich auch schon Barclay noch nicht. Nee, die haben mich doch gar nicht. Die sollen mal zum Eingang gehen. Das sind Allis, oder? Sind das Allis? Ich weiß es gar nicht. Nee, das sind ein paar Atlas. Das sind ein Untoter. Das sind zwei Priester. Ja, das sind zwei Priester. Ja, komm. Ah, ich habe nur einen Pandaren gesehen. Ohhhh, ich glaube ich habe nur einen Pandaren gesehen. Nein! Nein! Und ich glaube damit hat der Barclay. Nein! Ja! Nein! Der Barclay hat gewonnen. Ohhhh. Ohhhh. Nein! Nein! Mein Gott! Alex! Ja, wie soll ich es machen? Vielen, vielen Dank. Der Barclay sitzt hier auf dem Kernhund und hat gleich gewonnen. Drecksack. Und damit steht es für Barclay schon 3 zu 0. Ach. Das tut mir aber leid. Das geht noch nicht. Oh, du gabst zwei Punkte. Ja, Katze ist unfair. Ja, das tut mir leid. Das ist der Adventskalender ohne Regeln. Der Weihnachtsmann, die Eisende Horde, die hat auch keine Regeln. Die kommt und schlägt euren Kopf ab. Hallo? Was soll das denn? Sehr super. Ihr seht, ihr habt eine Wohnung. Liebe Leute, heute ist der 2. Dezember. Wir wünschen euch noch einen schönen vorweihnachtlichen Tag. Und wir verabschieden uns. Macht's gut und bye-bye! Ciao! Tschüss! Hab dich lieb! Tschüss! Ich bin im Ladebildschirm. Ich bin hier raus! Hab dich lieb, ey! Tschüss! 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 Tschüss!